Chat Ah ok, ich verstehe Fuck Ich habe das zweite Endro nicht mehr ausgetauscht, ups, egal Petrified Oak schon wieder Und es geht zum Cronus Prime Asylum Nächste ich über das Markt Schwierige Sache Ich mein Cronus Prime ist Es kommt drauf an, wenn wir die Chapel kriegen, wird es schwieriger Wenn wir den Treatment Garden kriegen Wenn wir da wirklich heiß gerade, keine Ahnung Dann wird es entsprechend bisschen leichter, aber nicht wirklich viel Okay Der Stopped Water ist okay, gut Immerhin Hallöchen, ach das sind direkt zwei Was jetzt deine Mission war, weiß ich auch nicht Okay Okay Also was jetzt deine Mission war, weiß ich auch nicht so wirklich, ne? Ah 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 mit ihr los sich auch irgendwie oh sie ist nicht oh come on das war der erste generator das war nicht so gut schöner dodge hätte ich selbst nicht hingekriegt oh mann ist das gerade nervtötend zweiter gen naja schön da haben sie wieder rausgeholt aus dem käfig schade bt wie lang hält das dann 15 sekunden was soll der letzte sekunde gewesen sein oder so ja ich wollte sagen ich war schütter hinter mir verdammt für nedeln zugeflext irgendwie so kann ich noch da standen zwei dran ich hab keinen davon gekriegt das ist echt ein trauerzustand ich weiß nicht bin ich so tollpatschig mit pyramid hat oder habe ich einfach pech mit dem mit den survivern aber da kam da kam Mhm. Komm schon. Oh, dead hard, wirklich. Nice try. 1-9. 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 schon was zum es gibt doch nicht was ein pech aber auch ganz ehrlich ich bin gerade echt sprachlos ich bin so schlecht mit ihm ich habe ewig hat nicht gespielt klar aber langsam noch hier spielen sollte es echt wieder gehen ich habe es erwartet aber hier das werden so mein freundin topgoblin ich werde schon hier vor tun hier 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 oh gott wie schlecht bin ich denn das hätte ich auf jeden fall treffen müssen darüber wollen wir nicht reden könnte dass das jetzt schief und würden vielleicht kassel wir uns im weg zu dem gender wir haben beide nur noch einen hook das heißt egal wie ich zuerst töte ist es egal weil die hat geht dann auf aber ein herrscht ist nicht im haus jetzt muss ich noch den richtigen exter wischen und in erwischen so die höhere kunst werden ja fuck nein lauf doch nicht weg so close to the achievement nein oh du kannst es nicht schreiben wow ja ja ggg mir hat letztend einen hook gefällt ist das böse das ist böse ich weiß nicht mal ob mir die das andere erinnerungs gebracht hat in der hinsicht Dexter wundervolle good evening was already wondering but it will show up